Die Marke Obermehl gibt es schon längere Zeit bei den Hoflieferanten, aber jetzt habe ich da ganz was Neues entdeckt. Ja, wir haben jetzt drei neue Joghurts auf Sojabasis. Einmal wäre das Naturjoghurt, dann hätten wir das Joghurt mit Orange und Rollbusch und das Joghurt-Bärenmix. Schmeckt das auch gut? Ist alles mit oder ohne Zuckerwist? Wie schaut das aus? Das Naturjoghurt ist das erste Joghurt am Sojajoghurt-Markt mit 0 Gramm Zucker und nur 0,5 Gramm Kohlenhydrate in der Nährwertangaben. Und die Joghurts mit Geschmack haben natürlich ein bisschen rohen Rohrzucker zur Geschmackshervorhebung dabei. Jetzt habe ich aber im Regal noch etwas Neues entdeckt und das haben Sie uns heute mitgebracht. Ja, wir haben jetzt auch ganz neu zwei neue Trinks. Einmal auf Reisbasis und einmal auf Macadamia-Basis. Der Reistrink ist mit Kokosgeschmack und Schokolade und ist ungesüßt, insofern auch für Kinder sehr gut geeignet. Es schmeckt nämlich süß durch die Stärke vom Reis. Und der Macadamia-Trink ist unser feinster, edelster Trink. Er hat einen ganz charakteristischen Geschmack nach eben der Macadamia-Nuss und ist ganz leicht mit Agaventicksaft abgerundet. Das historische Geschmack Untertitelung des ZDF, 2020